Guten Morgen meine liebe Freunde und Freundinnen, Mensch, gestern war bei uns was los, ja, das ganze Tag und morgens, bis zum ganzen Nachmittag, ist die Fernseher gelarft, ja, weil der Schales, der König Schales ist gekrönt worden, in die England, boah, das war ein Tam-Tam, und meine Frau Linze sagt, es ist eigentlich, es ist ja veraltert, aber es ist trotzdem schön, und man sollte auch an der Tradition festhalten, und der König Schales, der wird es ja nicht mehr mit so großem Pum-Pum-Pum-Purium machen, wie seine Mama das gemacht hätte, also das geht dann vielleicht nicht mehr gerade so daher, aber man kann auf der Welt, ja, hat sie gesagt, nicht alles abschaffen, nur weil es alt ist, das wäre doch so schade, ja, hat sie recht, ich nehme an, dass das alles schon seine Richtigkeit hat, und es war so schön, so ganz viele bunte Leute sind durch die Fernseher gegangen, oh, und Hüter an die Frau an, boah, hey, du, das sind vielleicht Dinger, die wäre ganz toll als Frisbee-Scheibe, ja, nicht mehr gedenkt, aber meine Frau Linze hat gesagt, das wäre aber ganz schön teure Frisbee-Scheibe, ja, hat sie gesagt. Also Freunde, die das Acces hindern, ihr wisst ja, was ich schmenne, und euch wünsche ich heute einen wunderschönen Sonntag, bis dann, tschüss, euer Muggi von die weiße Socke.